Guten Morgen, heute gibt es eine weitere Folge Rocket League zusammen mit Daniel und Just W, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Auch die, die Japaner-Map. Ist gut. Gott, ich bin in der Mütze. Okay. Guten Morgen, heute wird es wieder Rocket League geben, zusammen mit Daniel und Just W, und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Verarscht, du bist. In Mütze. Nö. Nur gut drauf. Ah, das ist ein homo-ragel. Richtig homo-gay. Muss aber sagen, ein... Wie der ganz immer. Ja, Mann. Ein leckender Daniel. Alter, Mauer. Okay. Hat man das verstanden? Ja. Oh. Fast. Mann. Ich bin hinten. Ja, geh du drauf. In die Mitte. Ich will nicht hinten sein. Ja, er springt genau über mich. Nein. Oh. Ich hasse die Map. Das ist ganz cool. Ich hasse die Map. Shit. Ja gut, die ist echt ganz nice, aber... Ja, außer die Erhöhung, die ist halt scheiße. Alter, der Ball springt. What? Hä? Als ob ich den nicht getroffen hab. Nein. Skandal. Sander Bitches. Die hält bei, wenn man sein kann. Was? Okay, ich bleib hinten. Oh, schön. Bitch. Bitch. Baruch. Den hätte ich bekommen können. Äh. Oh Gott. Oh Gott. Es ist scheiße. Eben grandios gespielt. Ja, es war mega mein Fehler, Alter. Ich guck's da dann. Ja, ja, aber... Unten drunter gefahren. Oh. Grandiose Spiel eben offline. Merzig. Ja, die fick' ich mal schon noch. Ja, ja. Boah, alter Wichser. Alter, jo. Vorbeigesprungen. Er kommt natürlich wieder perfekt aufs Tor. Sehr schön, jetzt hab ich ihn. Was ist los? Oh Mann. Alter, ich fühl mich ein bisschen vergewaltigt, ey. Glückwunsch. Jetzt haben wir uns mega Zeit kommen. Ja. Schreib dich nicht ab. Ich bleib hinten. Bin nicht nur 10 Punkte. Wenn ich besser schlaufe. Oh, zu hoch. Viel zu hoch. Und vorbeigesprungen. Oh, ey. Oh. Jawoll, Daniel. Yes, Mann. Boah. Boah. Bra, 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 bra. Schönes Ding. Come back is real. Ja klar. Feuer. Der war ja grandiose. Habt nicht umsonst Bam gesagt. Lieutenant Bam. Nein Manuel! Sorry! Ich wär perfekt drauf gekommen und du hast mich... Ah f*** normal ey. Ah die Tablette wäre geil in front of me. Oh Manuel! Boah das war echt kacke von dir. Zwei mal gerade. Mich weggekickt. Ja. Erst im nächsten Spiel ne? Ne, noch in diesem. Wir wollen hier Glanzleistung sehen. Caesar bedankt dich auch. Okay, holst du dir denn bitte frischmäßig? Ja. Weil du kommst wahrscheinlich nicht ran, du hast ja keinen Boost. Ja hättest du den R nicht genommen. Ja. Ja. Egal. Oh Gott. Okay. Er triggert sich selber. Oh nein! Verteil dich! So ein Bier nackt dich! Oh. Vergewaltigung. Wir haben schon mal mehr auf den Seite gekriegt. Ja. Zweistellig. Ja. Zweistellig. Yes. Aua. Jawoll. Jawoll. Sehr schön. Comeback is real. Hey, hey, hey. Hey, hey. Immer wenn ich da Boost hab, muss der Gunan Tor machen. Ja, ist doch nice. Neu Boost ein. Ich geh drauf. Oh, für Beach. Geißer. Cool. Ohja. Ohja, ohja, ohja. Nein! Samone. Uff. Uff. Ach. Ach. Wichs-Nudel-Ficker. Scheißt mich an. Oh Gott. Oh, das. Den hält er. Oh Mann, ey. Ich fahr einfach dran vorbei. Jawohl. Sorry. Ich hab den nicht gesehen. Ja gut, das können wir nicht mehr drehen. Das war wieder der Mutsch. Nein. Atsch. Drei, zwei, eins. Möschwaket. Animasen. Möschwaket. Ah, alles klar. Ja. Dann gucken wir mal, an wem es nicht gelegen hat. Animasen. Animasen. Fick dich, guter. An mir. Neues, neues Metz suchen. So, endlich wieder eine bessere Mache. Ah, schön. Möschwaket. Möschwaket. Senf. Senf. Ja. Erster Baumkontakt. Möschwaket. Möschwaket. Den wollte ich machen. Möschwaket. 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 Der war gut, aber. Oh, oh, oh. Nicht gut genug. Ach, ne. Alla. Es fängt schon wieder an, scheiße zu werden. Ach, mein. Rala mula. Mösch, mösch, mösch. Jetzt aber, wir müssen ja dranbleiben hier. Mösch, mösch, mösch. Was hat denn der Papa da? Hallo, wir kasseln. Ja, genau, das hat er da. Yes. Scheiße. Alter. Ja, legt mir Mutti. Ah, ja, hier. Oh. Manchmal weiß ich nicht, was ich anstellen soll. Hui. Töte sie. Ich bin dran, was? Okay. Ich war kurz daraus. Jawohl. Jawohl. Ja, oh, der letzte. An zwei vorbei. Ja. Nur 1-0, das, das geht noch. Oh, nee. Wir zerpficken uns ja nicht. Verdammte Axt. Und weg. Nein, vorbeigesprungen. Okay, das geht auf mich. Scheiße. Ich hab den Ball nicht erwischt. Du mal werfen. Weißt du, wem's gelegen hat? Ja, 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 das ging auf mich. Aber den hätte man auch halten können. Mein Spaß. Ich kann ja nicht so hoch springen. Ja, das war Spaß. Manuel! So was mach ich kein Spaß. Oh Gott, danke ganz. Manuel? Ja. Warum fährst du nicht? Weil es bei mir hängt. Alles klar. Ich seh die ganze Zeit den Typ, der es Tor gemacht hat. Oh, schön. Nein. Oh. Huh. Über nice. Und Remion. Oh, nein. Danke, halt dein Maul. Tire, Achse, äh. Zahl, irgendwas. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Fahren. Ja, wie dann. Du siehst ihn doch nicht mal zu Bildschirm. Drück einfach auf Gas. Oh. Ganz halt die verfickte Wiederholung, oder? Komm, wir klicken den. Dieser Bot. So wie Iggy. Oh, jetzt ist es weit los. Das ist gut, gleich, gell? Ja, ja. Nein. Ach, du bist überhaupt nicht drin? Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nee, ich seh die ganze Zeit noch die Wiederholung vom Vor. Ja, eben warst du noch drin, aber jetzt bist du komplett raus. halt ja ich hab keine ahnung was los ist er muss halt neu schlagen bist ja eh nicht mehr im spiel ein druder und drüber aber es ist zwei gegen zwei nur noch übrigens das ist auch jemand raus scheiße ich fahre nur vorbei nein wir haben aber wir lassen uns auch nicht ficken aber drei neuer nicht ohne nicht ohne saft okay geh du drauf saft kriegst du den in die bitte? alter so wichser ja ich musste ja nach vorne anschluss super schön da geht noch was ja, ja, haben wir noch Zeit okay ah boh, parade ah, bis hin zu schräg oh, ist da keiner damit na, jetzt wird es knapp von der Zeit wie steht es überhaupt 1 zu 3 1 zu fahren ah auch schießen oh, dann will das Weser, will auch Scheid wie ein Scheid jaa dreck weil der Manuel nicht mehr dabei war da machst du nix da kannst du nix mehr sagen ey aber da ist die, ja egal ja ja ja